servus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die granates box von geisha acht stück sind hier drin hier steht auf 8 pieces of aggressive crackling balls also aggressive cracking bälle wir haben eine enem von 16 gramm es handelt sich hierbei um f1 feuerwerk muss man dazu sagen kein kategorie 2 feuerwerk sondern f1 feuerwerk schaut einfach mal rein schaut tatsächlich nach ganz klassischen crackling bilden aus mal gucken aber noch mit kügelchen innen drin anstatt irgendwelchen presslingen jawohl da erwarte ich da jetzt sogar ein bisschen was von muss ich ehrlich gestehen dann hätte ich gesagt legen wir direkt los mit dem test der granates box von geisha auf geht's grenades box von geisha und noch einen letzten ja eher standard mäßige crackling bälle die 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 Bis zum nächsten Mal.